»Na, wo ist meine fleißige Streberin?« Eine vertraute Stimme näherte sich Jess von hinten, als sie gerade dabei war, ihren Schreibtisch nach dem letzten Examen ihres Bachelorstudiengangs aufzuräumen. Freudiger Erwartung blickte sie über die Schulter, um ihren Freund hinter sich anzustrahlen, der mit einem verwegenen Lächeln und einem Briefumschlag im Maul hinter ihr stand, den er mit zittrigen Lippen umschloss. »Hab da was für dich«, schnaubte Clive mit beinahe entschuldigendem Tonfall. »Weil's ja schon irgendwie ein bisschen meine Schuld ist, dass du letzte Woche so leiden musstest. Ich hätte denen gleich klar machen sollen, dass ich nichts von ihnen will.« Clive nickte unauffällig in die Richtung von Shirley und Kimberly, die am Eingang des großen, altmodischen Hörsaals standen und bereits seit Minuten missgünstig zu dem Pärchen herunterstarrten. Sie schnippten jedoch nur überheblich die Köpfe in die Höhe, als ihnen klar wurde, dass sie entdeckt worden waren. »Aber Clive, das ist doch nicht deine Schuld«, schnaubte Jess entrüstet. »Wenn du nicht gewesen wärst, hätte die Geschichte viel schlimmer ausgehen können.« Clive jedoch ließ nicht locker und streckte ihr den Umschlag entgegen, den er bereits die ganze Zeit bei sich getragen hatte. Jess kam sich in diesem Moment etwas dumm vor, weil er sich für einen Fehler entschuldigte, den er gar nicht begangen hatte. Sie wollte auch nicht wirken, als hätte sie von ihm eine Art der Entschädigung erwartet. Was wäre sie nur für ein Pferd gewesen, wenn sie so etwas forderte? »Jetzt mach ihn schon auf«, drängte sie Clive. Seine Augen glänzten bereits, ganz aufgeregt vor Vorfreude. »Wir müssen doch den Abschluss unseres Jahrgangs feiern.« Jess rollte schnaubend mit den Augen und öffnete den Umschlag, in dem sich ein Brief mit Clives sauberster Schrift und eine Zeichnung von ihr befand. »Ich dachte, vielleicht möchtest du sie haben«, schnaubte Clive ruhig. »Du kennst sie zwar eigentlich schon, aber vielleicht macht sie dir trotzdem Freude.« Jess blickte erschrocken zu Clive auf. »Woher wusste er, dass sie die Zeichnung schon gesehen hatte?« »Clive, also das«, begann Jess, »doch Clive ließ sie nicht ausreden.« »Ist schon okay«, beruhigte er sie lächelnd. »Ich kenne ja meine Unordnung, und ein paar meiner Studienkollegen reißen mir manchmal die Seiten aus dem Buch, um mich zu ärgern. Deshalb mache ich immer Eselsohren in die Seiten. Wenn man gerade in Gedanken ist, streift man die automatisch glatt. So weiß ich immer, wann jemand an meinen Sachen war. Den Tipp hat mir Professor Sullivan gegeben.« Er wusste also nur, dass sie das Notizbuch durchgeblättert hatte. Damit blieb die Anmeldung an seinem Computer unbemerkt. Jess machte innerlich einen erleichterten Luftsprung. Sich dafür eine Ausrede auszudenken, wäre deutlich schwieriger geworden. Aber hatte er ihr gerade allen Ernstes weismachen wollen, dass die fehlenden Seiten nach der merkwürdigen Hirnzeichnung von seinen pflegelhaften Kommilitonen herausgerissen worden waren? Hielt er sie wirklich für so naiv? »Komm schon, lies den Brief«, drängte er sie, als er ihren skeptischen Blick bemerkte. Wahrscheinlich, um sie davon abzuhalten, den Faden weiter zu spinnen. Clive mochte ein fauler, verwöhnter Tu-nicht-gut sein, aber er war clever, das musste ihm Jess lassen. Sie versuchte, sich nichts anmerken zu lassen, als sie den Brief ganz aufhaltete und laut vorlas, was ihr Freund geschrieben hatte. »Liebste Jess, jetzt hast du's endlich geschafft und die Paukerei hat sich ausgezahlt. Und weil du dich in den letzten Wochen so selten richtig entspannen konntest, möchte ich dich hiermit zum Anlass deiner abgeschlossenen Bachelorarbeit einladen, mich ins Roseville Diner zu begleiten, um den Abend gebührend ausklingen zu lassen.« Jess machte große Augen. »Roseville Diner? Das Roseville Diner hier in Southbank?« Clive nickte. Das Roseville Diner war eines der bekanntesten Restaurants der Stadt und bekannt dafür, dass es das Lieblingsrestaurant von Stars und Politikern an allerhand VIPs war, die sich dort oft zum gemeinsamen Schlemmen trafen. Mal ganz abgesehen davon, dass das Essen dort verflucht teuer und die Ausstattung äußerst exquisit war. Und Clive wollte wirklich mit ihr da hingehen? »Aber wie?« »Ich habe ein paar Beziehungen spielen lassen.« lächelte der goldene Hengst. Er tat dabei so, als ob es ganz gewöhnlich und selbstverständlich wäre, seiner Freundin einfach mal einen Besuch im teuersten Restaurant des Bundesstaates zu spendieren. Aber von gewöhnlich war diese Aktion ja wohl sehr weit entfernt. Jess machte kieksend einen aufgeregten Sprung in die Luft. »War das ein Traum? War es Wirklichkeit? Meinte er das wirklich ernst?« Shirley und Kimberly reckten noch immer die Hälse nach ihnen, als sie bemerkten, dass Jess sich über irgendetwas tierisch freute. Mit einem Anflug von Schadenfreude reckte die braune Stute ihren Hals nach vorne und küßte Clive vor den Augen ihrer eifersüchtigen Mitstreiterinnen. Hauptsächlich vor Freude, aber vielleicht auch ein bisschen, um diesen beiden Schnipfen eins auszuwischen. Es war ein einmaliges Gefühl, als Jess im Augenwinkel beobachtete, wie den beiden Synchronen die Kinnlade herunterfiel und sie auf der Hinterhand kehrtmachten, um aus dem Hörsaal zu stolzieren. »Da ist wohl jemand neidisch«, lachte der Palomino vor ihr voller Amüsement. Er streichelte dabei Jess' Wangen sanft mit den Nüstern, bevor er sie noch einmal auf die Stirn küsste. »Ich liebe dich«, schnaubte er leise, als er seine Stirn auf ihre legte und dabei die Augen schloss. Ein warmes, aufgeregtes Kribbeln durchflutete sie dabei und nun war Jess klar, dass es endlich soweit war. Das war das Brausekribbeln, welches sie seit Jahren so vermisst hatte. »Ich dich auch«, Clive hob überrascht den Kopf ein Stück. »Habe ich das gerade wirklich gehört?« »Ich liebe dich, Clive Damien Higgins«, lachte Jess laut heraus, bevor sie Clive ein weiteres Mal küsste. Es dauerte einen Moment, bis Clive verarbeitet hatte, was sie soeben gesagt hatte. Doch dann riss er den Kopf hoch, sprang auf die Hinterbeine und stieß einen überglücklichen Schrei durch den Hörsaal, sodass die noch übrigen Studenten ganz erschrocken in ihre Richtung blickten. »Ja! Ja! Fuck yes!«, schrie er buckelnd und dabei wild im Kreis galoppierend. »Das ist der beste Tag in meinem Leben!« Schmunzelnd folgte Jess ihrem übermütigen Freund hinaus ins Freie. Der völlig aus dem Häuschen zu mehreren zufällig dahergelaufenen Studenten rannte und ihnen ein aufgedrehtes »Sie liebt mich« in die Ohren zu wieren. Er verhielt sich total kindisch. Aber diese Freude, diese ehrliche, übermäßige Freude war so ansteckend, dass Jess ganz warm ums Herz wurde. Für einen Moment vergaß sie einfach mal, dass der Hengst ihr trotz seiner offensichtlichen Liebe ihr nicht die ganze Wahrheit erzählte. Denn viel wichtiger war, dass sie jetzt endlich wieder verliebt war. Verliebt in Kleif. đã�rt in Kleif. »Sie liebtuen sie useiędzy, das sie lieben sie.« Vielen Dank.